Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Anno 1404. Ihr seid wieder da, ich bin wieder da, wir sind alle wieder da und es geht wieder weiter. Uh, eine Noria, eine kleine Noria ist langsam leer gesaugt. Da wollen wir natürlich wieder mal die Noria befüllen. So, hier gibt es ja Indigo und das wird natürlich hier abgeholt, beziehungsweise hier rüber transportiert. Aber, ich glaube, dass hier auch recht viel Indigo sein dürfte. Ja, es ist alles recht voll, wir müssen hier Sachen verkaufen. Es bleibt uns gar nichts anderes üblich, aber wir sind ja auch schon dran. Ist ja alles im Lot. So, alles klar. Das sieht gut aus, gucken wir mal gerade, weil das wollte ich sowieso nochmal gucken. Gewürze. Ha, da guckst du und siehst, es reicht nicht. Siehste, wie clever ich bin. Ein richtig cleveres Würschchen. Wer macht das? Machst du das hier auch? Weil dann, warte mal, wie viel Gewürze sind denn da jetzt? Ich verkaufe jetzt keine Gewürze mal mehr. Warte mal, da sind jetzt 27 Tonnen, 30 ist Maximum. Das heißt, hier könnten wir auch mal einfach ein bisschen das vergrößern. Dann können wir nämlich auch mehr lagern hier. Das ist, glaube ich, mal ganz gut. Wo ist mein Hauptschiff? Hauptschiff. Zeige dich. Wo bist du? Ich hatte ja auch hier, warte mal. Wir waren ja auch gerade natürlich am fighten. Da können wir jetzt noch eine machen. Machen wir auch. Ich genieße Baumaterial. Ach, da fehlen noch ein paar Waffen. Wie viele Waffen fehlen denn da noch? Noch einige. Na gut, dann warten wir. Wo ist mein Hauptschiff? Wo hatte ich das hingeschickt? Das hat doch irgendwas gemacht und es hat nicht funktioniert und dann ist es... Wo ist es denn jetzt? Das müsste hier, müsste es doch sein. Hier hat es doch irgendwas gemacht, oder nicht? Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Wie lautet euer Befehl? Ich bin mir mein Schiff angegriffen. Ach so, der Turm. Alles klar. Wir stehen zur Verfügung. Ja, ja, nicht schlimm. So, hier geht's weiter. Wir marschieren los. So, äh, wenn der fertig ist. Der Sandsturm hat sich wiedergelegt. Hier mal ein Hauptschiff bei? Neptun, da ist er doch. Na, geh mal runter. Fahr mal runter. Versuchst du das Lager da. Jetzt kann ich mir das hier gleich mal an. Der müsste nämlich jetzt eigentlich auch... ...ordentlich... ...eure Männer stehen... ...35 Tonnen. Das heißt, du musst ja auch mal mehr Gewürz noch anpflanzen. Das reicht ja offensichtlich nicht. Äh, wobei jetzt auf einmal reicht. Wie kann denn jetzt das Schiff war nach unten? Ich weiß es nicht genau. Also es ist knapp, aber es reicht nicht. Definitiv. Da müssen wir auf jeden Fall mal noch eine Gewürzfarm anbringen. Hier ist wieder irgendwie was. Sandsturm hat es gelegt. Okay. Ja, ist irgendwie ein Rimmel. Nervt mich nicht. Äh, bep, 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 bep. Okay. 37, ja. Vor allen Dingen haben wir halt so viel Glas, ey. Ich bin doch schon am Glas verkaufen. Irrer. Ja, die brauchen Glas, wenn sie aufsteigen das nächste Mal. Dann brauchen die, glaube ich, Glas. Das heißt, dann brauchen wir es natürlich. Aber jetzt momentan... Ja, jetzt brauchen sie ja noch so einen... Was ist das? Ein Schuldturm. Und natürlich Bücher. Das müssen wir auch noch erfüllen. Äh, Schuldturm. Wo ist der denn? Hier. Das ist auch was Glas. Aber natürlich auch Stein. Stein ist ja momentan auch so ein Ding, ey. Irgendwie noch nicht so ganz viel Stein. Deine Produktion kommt zum Erlebnis. Und Pante. Hier würde ich ja fast hier hinsetzen erst mal. Passt doch. Einigermaßen. Aber gut, das reicht jetzt momentan noch nicht an Baumaterial, was wir haben. Äh, schauen wir uns hier mal weiter um. Der kommt, der geht. Das hier. Wir stehen zur Verfügung. Haben wir erobert. Das ist also weg. Das hier ist jetzt mir? Nee. Das ist nicht mir. Äh, das hier, das hier, das hier. Kommt dann gleich. Ich weiß gar nicht. Reicht ein großes Heer gegen so einen Turm? Ja, ne? Hatten wir, glaube ich, ja gesehen. Wobei da zwei angegriffen haben. Könnte vielleicht doch eng werden. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Sonst muss ich, wenn ich das bewege. Da müsste eigentlich, dürfte nichts passieren. Verdammt. Wieso? Das ist doch fast drin. Ach, so eine Scheiße. Egal. 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 Wir stehen zur Verfügung. Es ist egal. Es ist egal, sage ich. Äh. Es ist wurscht. Es ist wurscht. So, kann ich hier. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Nee, noch nicht. Kann man hier. Ja, noch fünf. Okay, okay, okay. Hierbei benötige ich eure Unterstützung. Wo bleibt der Mannschaft? Da steht's doch. Was denn? Die Folgen von fünf Kisten treibt gut. Ja, kann man machen. Aber erstmal hier abliefern. Ich brauche hier unbedingt Baumaterial. So. Allah segner. Und jetzt bauen wir hier nämlich erstmal. Ach Gott, wo ist denn das? Hier, ein Lagerhaus. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Habe ich jetzt noch genug für eine Hand? Ihr habt viel über den Orient gelernt. Ach, da kann ich viel irgendwie hinbauen. Warte mal, Gewürze brauchen. Hier. Das bringt doch alles nichts. Ja, das bringt doch alles nichts. Ach, da muss ich hier noch eine Noria eröffnen. Ach, hilft ja alles nichts. Es hilft doch alles nichts. So. Die Pest ist bei ihrem Nachbarn vorüber. So. Äh, drehen wir mal den ganzen Müll. Wie war das nochmal? Scheiße. Verdammt. Verdammt. Ach Gott, ey. In jedem Spiel dreht man mit fucking anderen Tasten. Das nervt doch irgendwann nur noch. Mann! Wie drehe ich die Scheiße? Das gibt's doch nicht. Es geht doch. Ah. Ah, hier. Alles klar. Jedes Spiel, ne? Andere Tasten, ey. Das ist doch... Das ist die Pestilenz. Das sag ich euch. So. Äh. Der, 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 der. Einmal rein verbinden den ganzen Müll. Eine besondere Ehre für mich. Müsste passen. Der Sultan ist jung und voller Taten. Ob das jetzt reicht. Mit den Gewürzen. Momentan ja jedenfalls nicht. Und dann muss ich hier mal gerade gucken im Rückenplaner. Gewürze machen wir nämlich hier dann auch noch voll. So, das müsste reichen. Ein guter Gefeind. Das müsste dann funktionieren. Das müsste eigentlich nicht funktionieren. So, was ist jetzt hier mit dir, Northburg? Ach, die jemineh, wie sind die Dinger denn? Ja, können wir trotzdem hin. Wo ist mein Hauptschiff? Hier. Das war das Holz noch hier. So, das müssen wir jetzt mitnehmen. So, dann fahren wir da mal hin. Unten in Ecke. Eine weite Reise. So, alles klar. Jetzt müssten wir eigentlich mal genug Waffen haben, um ein weiteres Heer zu zaubern. Nicht genug Baumaterial. Warum? Immer noch nicht. So ein Denker. Noch eins. Wieso? Oh, ich habe Waffen verkauft. Ah. Shit. Hör doch mal auf, Waffen zu verkaufen jetzt. Kurz. Find doch nix. Scheiße. So, jetzt muss ich aber hier mal umgreifen. Scheiße. So. Guck mal, die greifen auch so ein bisschen an. Eure Anweisung zwingt sie in die Knie. So, aber jetzt greifen wir richtig an. Das muss sein. Und dann können wir hier nämlich dann auch endlich expandieren. Wenn der Turm weg ist und uns das hier alles gehört, dann... Na doch, vor allem ist das hier mittendrin. Unfassbar. Aber ich kann den hier... Den outet euer Befehl. Gleich bewegen. So, kommt er hier hin. Die Armee marschiert los. Das müsste... Eigentlich dürfte er ja noch nicht angerufen werden. Aber wir werden sehen. Ja, ich könnte mal aufhören, das zu verkaufen. Steine vielleicht. Wenn ich mal welche sammeln möchte. So, hier hat sich nichts weiterentwickelt. Hier auch nicht. Hier oben auch nicht. Wo hat er denn... Da hat er ein neues. Alles klar. So, da auch direkt an. Ich soll jetzt sagen, jetzt werden die Lagen gegriffen. Wieso können die so weit sch... Dann sind sie ja doch drin, oder? Ne, ganz knapp nicht. Alles klar. Der schießt nicht, ne? Aber guck mal, wieso verliert der an Leben? Der hat Leben verloren. Ich weiß nicht, warum. Der auch? Der auch ein bisschen? Minimal? Man weiß es nicht genau. Er sieht sowieso alles nicht so ganz rosig aus. Hier auf der Insel von Lucius. Ja, ja. Der alte Affenarsch. Naja. Das ist doch gut. Das ist doch gut für uns. So. Gewürze laufen? Gewürze laufen. Alles klar. Sehr gut. Wie viel habe ich jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Gewürzfarmen. Vielleicht soll ich es direkt noch haben. Ja, ich kann es mir nicht leisten gerade. Das ist kein Werkzeug mehr hier. Kostbar Werkzeug, oder? Ja, ja. Ja, ja. Dann warten wir noch. Warten wir mal ab. Ich hatte jetzt... Er hat jetzt 42. Immerhin mal ein bisschen mehr. Das muss ich jetzt gleich erstmal einpendeln. Ähm. Und hier leert es sich gerade wieder. Ein fairer Handel. Ja, ey. Scheiß Glas. Sie sind auf einen Mitspieler gestoßen. Hier unten, ja. So. Äh. Sagen wir mal einen hier. Ja, der Geilfrau Kass hat hier noch eine kleine Insel. Aha. So. Eine gemächliche Folge, liebe Freunde. Eine sehr gemächliche Folge. Wo ist denn der Rest? Seht mal hier verstreu. Da ist die nächste Kiste. Die wollen wir natürlich an uns bringen, meine lieben Freunde. Dann haben wir die dritte schon aufgelesen. Sie haben eine gegnerische Einheit besiegt. Jetzt schon. Das ging aber schnell. Ja, das ging doch schnell. Sehr schön. Der Turm ist weg. Nichts kann uns standhalten. Das ist natürlich die merkige Angelegenheit hier. Nichts kann uns standhalten. Ich will hier mir sich ein bisschen verschieben. Die Armee marschiert los. So, das ist gleich hier wieder weg. Eure Anweisung? Wie lautet euer Befehl? Wenn ihr hier jetzt ein neues baut, rastet sich aber aus vor Wut. Das kann ich euch aber garantieren. Also. Wieso geht es jetzt zurück? Jetzt ist das Lager doch voll. Wenn es weiter nichts ist, womit ich bin. Das dauert wahrscheinlich nur ein bisschen. Äh, ja. Warten wir mal ab, warten wir mal ab. So. Hier, du. Mal lieber. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Wieso bist du mir nicht angezeigt? Ah, jetzt. Ah, guck mal. Wir haben 120.000 auf der hohen Kante. Nice, oder was? Richtig gut. So, 5 haben wir. Lord Northburg. Hier bist du. Hier fahren wir hin. Sehr gut. So, hier. Der Kontor ist auch schon wieder am Arsch. Hier gibt es wieder einen 9. Direkt wieder drauf hier. Ah, kennen wir nix. Ja, das hier dauert natürlich jetzt. Ich kenne das weg. Das hier ist weg. Übrigens gibt es ein Lied, ein einziges Lied von diesen ganzen Liedern, die es hier bei Arno gibt, welches, äh, monetarisiert wird. Keine Ahnung, was das soll. Keine Ahnung, was das soll. Und ich habe auch keine Ahnung, was das soll. Hier mit meinen Häusern, dass die kaputt gehen. Und was habe ich gedrückt damit? Es wird mir hier die ganze Zeit irgendwas angezeigt. Was habe ich denn eben rumgedrückt? Ich habe da eben irgendwas rumgedrückt. Hier, Punkt? Nee. Da eben irgendwas. Das wird mir jetzt hier die ganze Zeit angezeigt. Ich habe mich schon gewundert, warum das hier die ganze Zeit... Ach, was ist denn das? Irgendwie habe ich die Balken angemacht. Aber ich weiß nicht wie. Da. Aha. Es ist M. Es ist M. Jetzt wird mir das nicht mehr angezeigt. Sehr gut. So. Stimmt. So. Äh, da, 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 da. Wo ist mein... Hauptschritt. That's the Northberg. Da. Alles klar. Gut, gut, gut. So, wie viel ladet der jetzt ein? Das interessiert mich jetzt. Mehr als 42? 48. Das wird sich jetzt auf 48 einpendeln. Müssen wir mal gucken, ob es hier reicht. Wir haben sie noch 19 Tonnen. Das wird wahrscheinlich reichen. Was aber letztes Mal ja auch schon, was wir gesehen hatten, immer recht grundsolide am Ende ist, ist das Bier. Und dafür brauchen wir ja mehr Weizen wiederum. Der hat ja schon 85 Tonnen liefert, der. Weil ich hier wahrscheinlich nicht mehr lagern kann. Oder was ist da los? 80 Tonnen. Das sieht mir so aus. Als würden hier maximal 80 Tonnen reinpassen. Ähm, äh. Ja, da habe ich jetzt natürlich wieder kein Holz. Aber das könnten wir regeln, indem ich hier einfach einen Holzfäller mit dir hindödel. Ich frage, ob der Weg, der ist da nicht hin. Aber das können wir hin. Äh, ich glaube ich nicht. Und jetzt hier noch eine Holzfällerhütte. Und das würde ich auch gerne eigentlich upgraden. Oh, Holz und Glas. Glas, Leute. Glas. Aber das mache ich, glaube ich, damit das hier alles schneller vonstatten geht. Ich kann ja auch mal gerade, da ich hier sowieso Zuttensteine habe. Ja, was wohl, dass ich den erfolgreich beendet habe und dir geholfen habe. Zack. Ja. Bitteschön. So, äh, da machen wir nämlich hier auf. Meine Sympathie für euch ist gerade noch größer geworden. Ah, geil, vor kurz. Das wird doch kein Komplott gegen mich sein. Nee, natürlich nicht. Das kann dich aber auch, ist dir scheißegal. Kann dir egal sein. Weil du einfach tot bist, Junge. Du bist tot. Hier, geil, dass du noch Fischerhütten baust. Die bringen dir gar nichts. Wichtig wird das hier. Das hier wird wichtig. Und das hier. Wenn die beiden wechseln, dann geht's hier los. Los, sag ich. Bereit? Nichts kann uns standhalten. Kann ich den? Den könnte ich jetzt angreifen. Das mache ich auch. Warum nicht? Ist der weg? Ich werde euch ein für allemal von dieser Erde tilgen. Blablabla. Du wirst uns tilgen. Ich sehe hier gerade, wer hier wen tilgt. Mein lieber Freund. Erkennst du, clearly. So, warte mal. Jetzt müssen wir mal gerade hier. Material. Mit meiner Gastfrau. Man greift eines ihrer Gebäude an. Naja, blablabla. Hier schießt aber auch noch irgendwann runter. Aber egal. Schießt, na. Unser Schild ist auf jeden Fall größer. Das bedeutet, wir haben auf jeden Fall die Überhand momentan. So, ähm, Schiff, Schiff, Schiff. Wo bist du denn jetzt? Hä? Hier. Komm mal her. Äh, wir brauchen, wir brauchen Material. Komm mal hier hin und dann holst du mal Material. Material. So, wir können uns auch den Schuldturm leisten. Äh, wo ist er? Da. Dann bauen wir den jetzt. Dann sind die noch zufriedener, meine lieben Freunde. Äh, wir... Was ist denn? Ich war mir sicher, dass ich mit Kuh gedreht habe. Ich habe aber nicht mit Kuh gedreht, sondern mit... Also ist es gedreht. Alles klar. Hier baue ich es hin. Hier. Ein Schuldturm. Der Superlative. Äh, kann ich eigentlich... Meine Sympathie für euch ist gerade noch größer geworden. Also. Die Dörfer müssen ja auch mal verbunden werden, ja. Oh, jetzt ist ja einfach mal ein Markplatz hin, weil mir das noch nicht gehört. Und jetzt gehört man das nicht. So, dann kann ich mich hier... Da haben wir auch mal einen Weg drüber. So. Wenn wir die hier auch mal schön verbunden sind. So. Dann haben wir mal ein paar Häuslein. Damit das hier was zugezogen wird. So. Ähm. Die Steuern sind aber eh ganz weit oben. Moment mal. Jetzt haben die hier wieder wieder Scheiße. Wir müssen abwarten. Wir müssen das abwarten. Also Lederwämser kommen... In ihrer Stadt treibt ein feindlicher Scherge sein Unwesen. Lederwämser häufen sich zumindest nicht. Oh, frischer Tat. Es sind nicht zu wenige, aber sie häufen sich auch nicht. Sind hier weiter... Ne. Wir brauchen noch eine Schweinefarm mehr. Wir brauchen noch eine Schweinefarm mehr. Leute, wir brauchen noch eine Schweinefarm mehr. Alles klar. Der müsste sie ja so abholen. Dann wollte ich jetzt keinen Weg hinbauen. Und der hier dürfte dann auch mal was mehr arbeiten. Hoffe ich noch. Ja, Lederwämser, ne? Die müssen... Wenn die auf 100% Weide laufen die ganze Zeit, dann ist es, glaube ich, erstmal ausreichend. Aber das ist natürlich nicht so einfach, ne? So, wie sieht es hier aus? Der wird immer noch befeidet hier. Das hier ist bald uns. Das ist halb uns. Wie lautet euer Befehl? Bereit? Das ist bald weg hier, der Turm. Und dann steht hier deine große Halle alleine da. Wie sieht es aus? Neuer Kontor oder sowas? Hier wieder. Hier wieder. Alter Schlingel. Du lässt es nicht bleiben. Aber gut. Aber er hat jetzt auch, also ne, das... Einer ihrer Betriebe stellt keine Wagen mehr. Ey, es ist immer noch sein Hauptdorf. Also, was zeigt mir denn jetzt hier... Ich wieder... Ich habe irgendwas wieder gedrückt. Ach Gott, was habe ich jetzt gedrückt? Mann. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie zeigt er mir jetzt hier überall die Dinger an. Zumindest auf der Insel da gerade. Warum auf dieser Insel? Hä? Verstehe ich nicht. Nur auf dieser Insel zeigt er mir jetzt... Irgendwie die... Die... Die Bau-Dinger an. Warum? Ist das ein Bug? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß das nie. Aber ich weiß, dass die Folge jetzt zu Ende ist, liebe Freunde. Ich würde sagen, wir haben wieder ein bisschen was... Sehr nützlich, will ich sagen. Nicht nur in Handelsangelegenheit. Ja, können wir ja mal machen. Ähm... Ihr seid das nächste Mal hoffentlich wieder mit dabei. Wie erwartet. Und dann geht es hier weiter mit Anno 1404. Ich sage danke fürs Zuschauen. Tschüss, macht es gut. Euer Brilli, würde ich sagen. Ich mache mal Pause hier. Ich mache mal Pause hier. Ich nehme danach einfach direkt weiter auf. Tschüss, Leute. Macht's gut.